Ja ihr Lieben, wir wollen heute ein bisschen über die Liebe sprechen, das ist auch ein Antwortvideo zu der Person, die gesagt hat, wir sollen ein bisschen aufpassen mit den Urteilen, mit der Liebe. Ich werde den Namen jetzt hier nicht sagen, das war ein Kommentar in einem meiner letzten Videos. Und da will ich heute mal darüber sprechen, über die Liebe, über das Urteilen, über das Gericht, über falsche Liebe, was falsche Liebe denn überhaupt alles andere steht. Und ja, also es ging ja um Elianater, da wurde mir gesagt, wir sollen mehr Liebe zeigen, nicht so urteilen und sowas. Das ist genau das Problem, meine lieben Freunde. Die Richter in Deutschland, die lassen Pädophile, Vergewaltiger wieder auf freiem Fuß, ja, weil sie wissen ganz genau, dass wir, dass die Christen, ja, die Mehrzahl in den Ländern keinen Widerstand leisten. Die Politiker und die Richter, die Polizei, ja, das Volk, ja, das bewaffnete Volk, die bewaffnete Miliz ist das Volk, laut Griechisch, ja, laut Entstehung, wer das Volk wirklich ist, adaptiert sich, ja, mit den Richtern und mit der Befehlsgewalt und so weiter, adaptiert sich an der Politik, die an der Macht sind und an der Agenda der Reichen und das Blablabla, das kennt ihr ja alles, ne. So. Und wenn die sehen, dass selbst von der Mehrzahl des Landes keine, kein Widerstand kommt, weil selbst ihre eigene Religion sagt, wir sollen keinen Widerstand leisten, was passiert dann? Sie passen sich natürlich dem Lautstärkeren an. Die Christen, wir sind nicht lautstark, ja, und ich sag mal hier ganz klar vorweg, ihr Paare, ihr seid Menschen, die bewusst, ja, wie gesagt, ihr könnt mich abonnieren oder oder, oder, ich suche keine Freunde, ja, schon einfach angesagt, ich sag die Wahrheit und die Gefahr, die ihr Christen macht, ich sag's euch hier ganz offen und ganz klar, ihr tut entweder bewusst, ja, ihr tut bewusst die Christen paralysieren mit eurer falschen Liebe, oder unbewusst, ja, weil ihr glaubt, dass wir wirklich so agieren sollen, ja. Die Richter urteilen nicht. Hört mir genau zu. Die Richter urteilen nicht. Die Richter strafen nicht. Die Richter richten nicht. Die Richter richten nicht. Warum? 60% in Deutschland sind Christen, ja, und die Christen geben den Richtern selbst vor. Richtet nicht, macht nichts. Warum soll der Richter richten? Warum soll der Richter urteilen? Warum soll der Richter strafen, wenn 60% des Volkes gar nicht mit ihnen übereinstimmen? Und dann noch Christen solche Sachen auch sagen wie, der arme Richter, wo wird er wohl hingehen, wenn er richtet? Und in der Bibel steht doch, wir sollen nicht richten. Ihr Wölfe im Schafspelz, ja, ihr Wölfe im Schafspelz, ob bewusst oder unbewusst, ja, habt keine falsche Liebe. Und ich sage euch das hier ganz klar. Hört auf, auf diese Leute zu hören, die behaupten, dass sie Christen sind. Der Weg ist breit und der Weg ist schmal. Von diesen 60%, ich sage nicht, dass ich in den Himmel komme, aber von diesen 60% Deutschen, die gerade hier, die gerade Christen sind. Was glaubt ihr, wie viele von denen in den Himmel kommen? Wenn der Weg schmal ist. Ich habe keine Ahnung, was mit meinem Handy los ist, ich kriege das nicht in den Griff. Ich muss mir wohl wieder ein neues holen. Das bricht einfach ab, deswegen konnte ich auch keine Videos machen, war auch sehr beschäftigt. Mehrere Gründe gab es dazu. Deswegen hat es ja auch so lange gedauert. Das bricht einfach ab, ist mir jetzt auch egal. Dann mache ich das einfach, lade ich auch in mehreren Teilen. Ihr gebt dem Menschen vor, tut nichts, macht nichts, Jesus macht schon alles, blübläblä, ja. Das ist doch überhaupt gar nicht wahr. Hört mal genau zu, ihr kleinen Geistigen. Johannes der Täufer wurde ins Gefängnis gesteckt. Und jetzt mal knallhart, jetzt mal ganz knallhart, Jesus hat sich überhaupt nicht um ihn gekümmert. Er hat kein Wort über ihn verloren. War es seine Aufgabe, ihn vom Gefängnis zu befreien? Hätte er gekonnt? Hätte er gekonnt? Ja, natürlich hätte er gekonnt. Wieso hat er das nicht getan? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Johannes der Täufer kommt ins Gefängnis und Jesus verliert nicht ein. Ich bin größer als alle, die vor mir kamen, ja. Ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Gesetz wurde abgelöst. Zählt nicht mehr. Ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Ich bin der Sündlose. Ich habe das Gesetz erfüllt, denn ich bin der Sündlose. Ich bin der Einzige, der das Gesetz erfüllt hat. Das heißt nicht, ich habe das Gesetz abrugiert, das zählt nicht mehr. Ich habe es erfüllt. Ich habe jedes einzelne Gesetz und jede einzelne Regel erfüllt. Nicht gebrochen. Ich habe das Gesetz erfüllt. Somit konnte ich alle Sünden von euch auf mich nehmen. Denn ich bin der Sündlose. Ich bin für euch gestorben. Hätte ich nur ein Gesetz gebrochen. Wer mich liebt, hält meine Gebote. Hätte ich nur ein Gebot gebrochen. Hätte ich eure Sünden nicht auf mich nehmen können. Und das Gesetz nicht erfüllen können. Und euch nicht vor der Strafe befreien können. Ihr Lieben. Ihr Kleingeistigen. Wie kann das sein, dass ich Menschen, ich sage es hier mal ganz klar, dass ich Menschen, die die Bibel hoch und runter gelesen haben, die Bibel erklären muss. Wie kann das sein? Die, die den Geist haben, den muss ich nicht erklären. Ich erkläre euch gerade, passt auf die Wölfe im Schafspelz auf. Die euch paralysieren. Ja? Bangladesch. Schaut mal, was da los ist. Malaysia, Indonesien. Wird gerade alles komplett voll islamisch. Der islamische Staat wird kommen. Wo ist eure Liebe? Habt mir Liebe. Habt mir Liebe. Wo ist eure Liebe zu Bangladesch? Wo ist eure Liebe zu Indonesien? Ihr habt überhaupt nichts getan. Was habt ihr getan, dass sich dort das Radikalismus und alles so verbreitet? Was habt ihr getan? Warum habt ihr keine Aufklärarbeiten gemacht? Die Menschen dort selbst haben Aufklärarbeiten gemacht und wurden getötet. Die Blocker, die Blocker, die Blocker, Blocker und sowas. Die Frauen, die laufen jetzt alle rum und sind überhaupt gar keine Moslems und laufen mit einem Schleier rum und blocken, weil das die beste Methode ist, zu überleben. Ja?